Ah, da ist er. Hilfe, ich habe eine Überladung, ich will es jetzt nicht verlieren. Nein, okay, ich wechsle mal die Waffe. Ähm, den Kritzkrieg. Der Kritzkrieg bewirkt, dass unsere Teamkameraden, die wir heilen, nur Kritz austeilen. Also eine ganz gute Waffe. Aber ich glaube, die Überladung dauert so lange, vermute ich mal. So, ich glaube, die Waffe sollten wir immer einem Heavy oder sowas geben. Oder einem Pio, wenn wir einen sehen, aber wir haben momentan kein Pio. Das heißt, wir sind jetzt anfällig gegen Spione. Ich würde sagen, wenn ich sterbe, wechsle ich mal die Klasse und nehme ein Pio. So, die sind hier überall fast. So, jetzt mach was. Jetzt hat er auch noch Kritz von mir. Aber er macht keine Kills, das ist ja super. Wie viele Medics haben wir jetzt? Drei Stück? Oha. Krasser Scheiß. Aber es ist vielleicht eine Taktik. Ich meine, es ist ja fast invincible, ne? Jetzt muss er die... Jetzt muss er uns Medics killen, damit er... Ja, damit er stirbt. Brauchen Heal, Leute. Halt mich mal. Leute! Das wäre so eine geile Traktik gewesen, wenn ihr mich kalt hättet. Ja, egal. So, jetzt nehme ich mal ein Pio. Okay, jetzt wird ein bisschen rumgesprayt, damit wir ein paar Spice erledigen können, weil die sind hier ja so zahlreich in letzter Zeit. Hat man ja vorhin gesehen, eigentlich, ne? Nur dumm, dass ich nicht weiß, was Hazard heißt! Fuck! Ah, seht ihr, seht ihr? Das ist das, was ich meine. Das ist das, was ich meine. Nein! Hoffentlich killt ihr den Heavy jetzt nicht. Ach ja, und übrigens, besucht www.sants.de Der beste Server der Welt! Nur coole Leute spielen auf www.sants.de Abonniert auch den Kanal auf YouTube, falls es einen gibt. Ach, scheiß drauf. So, Hallöchen. Hoch! So, und jetzt? Hier wird geschossen! Wo? Da! Oh je! So, jetzt fegen wir mal da ein bisschen durch. Heißer Tag heute, was? Seht ihr, so muss man das machen. Jetzt brauche ich einen Heal. Heim mich mal! Madik! Wenn die schon... So was mache ich gar nicht, wenn die mich nicht heilen. Und ich direkt vor ihrer Schnauze stehe. Und die Ice Madik eigentlich... Ja, spielen. Mist, Dark Terrier hat dich fast gekillt. Hast noch mehr Glück gehabt, Dark Terrier. Mann, wir sind Fettbester. Gar nicht mal so schlecht. Wow, ne, sie hat eine Tasche bekommen. Cool. Die habe ich auch. So, jetzt wieder ein bisschen Spy-Check machen. Besonders bei den Sentries hier in der Nähe. Da sind häufig Spice zu finden, weil sie die Sentries zerstören wollen. Okay, hier ist kein Spy. Hallöchen. Ich wette, da hat sie eine Sentry Level 3. Und wollte es gerade platzieren. Nein, 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 nein. Okay, immerhin den Dispenser weg. Ich will den Dispenser zerstören, jawohl. Immerhin den Dispenser zerstört, bevor ich... Oh. Er hat seine Dispenser zerstört. Er hat mich gerecht. Er hat seine Dispenser gerecht. Er hat seine Sentry. Was soll ich hier für den Scheiß? Oh Mann, wir wurden schon wieder gewechselt. Nein! Gut, unser Team hat... Ja, ausgeglichene Klassen, aber wir haben keinen Scouts. Ich nehme jetzt aber mal ein Heavy. Dann haben wir eine große Feuerkraft. Ich muss jetzt mal ein bisschen wieder die Ausrüstung verwalten. Und zwar wollte ich die in der Tasche jetzt nehmen. Nicht wahr? Okay, die müsste auf D, glaube ich, sein. Nein. Tommy Slav. Nein, Messing Monster. Moment, ich muss jetzt mir mal ein bisschen umstellen. Sandwich, ähm... Sandwich lasse ich mal. Die Schinkenkeule. Yum. Da freut sich der Heavy. Nein, ich wollte das Heavy spielen und nicht als Pio. Das war jetzt er. Das hier ist meine Waffe. Sind wir jetzt wieder in Team Rot oder was? Nee. Quatsch. Ah, Hilfe! Ah! Alles muss man hier selber machen. Dankeschön. Er hat mich gelöscht, indem er mich angepisst hat. Na, jetzt kommt's schon. Kommt schon, ich warte auf euch. Wut, 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 wut. Ich hab Futter für euch. Ich hab Essen. Ja, der will da essen. Der sollte, der hat Hunger. Ach, verdammt. Hallo, Dark Terror. Vorhin hab ich Terror gesagt. So, das nenne ich doch Teamwork. Nein, das nenne ich kein Teamwork. Scheiß, bye. Ach ja, übrigens, besucht Sankt.de. Der beste Server der Welt. Kostet euch nur 100 Euro im Monat. Und, ähm, hat so viele Auswirkungen auf euren Skill wie ein ganz normales Server. Aber egal. Abonniert Sankt.de. Der beste Server im Universum. Nur coole Leute gehen auf Sankt.de. Jawohl. Und jetzt gerade mach ich hier Schleichwerbung. Für irgendeinen Server, der mir gerade scheißegal ist. Aber egal. Also, besucht Sankt.de. Dort find ich alles. Weiber, geile Waffen, alles. Äh, besucht Sankt.de. Okay, ich hör schon auf, sorry. Nein! Ja, das war dafür, weil ich so viel Werbung gemacht hab. Verdammt. Wieder ein Spy. Ich glaube, das ist ein bisschen risikorech, wenn wir jetzt als, ähm, Heavy spielen, wenn so viele Spice unterwegs sind. Ich wechsle mal wieder zum, ähm, Scout. Was? Oha! Schon wieder ein Spy. Seht ihr? Die sind hier überall. Hilfe! So, und jetzt? Auf zu lachen. Das ist Krieg. Da wird nicht gelacht. Krieg ist böse. Menschen sterben. Siehst du? Und du lachst einfach. Schäme dich. Wenn du stirbst, lache ich auch. Alter, warum lege ich? Lege ich? Ne, ich lege nicht. Ich hab 36. Aber doch, ich lege irgendwie. Kann es sein, dass ich lege? Ahahaha! Du bist tot. Blackbox! Okay, ähm, ich glaube, ich lege. Das wäre ein bisschen unfair, wenn ich jetzt lecken würde und als Scout spielen will. Das ist ein bisschen unfair. Dann können die mich nicht killen. Und ja. Deswegen wechsle ich mal. Die wollen ja auch, die sollen ja auch eine Chance haben, mich zu killen. Aber in der Fall ist, nennt man das Cheaten. So, jetzt, oh, hier ist ein Teleporter. Sehr aufmerksam von whatever. Hallöchen. Wow, geiles Spray. Ich hab hier auch einen Spray. Seht ihr? Ich bin bei deiner Seite. Siehst du, jetzt hab ich wegen dir Schaden gekriegt, weil ich so paranoid bin. So, jetzt hab ich den Schaden wieder geheilt. Gut, warum bin ich jetzt hier eigentlich? Das ist ja völlig weit entfernt von unserer Basis. Aber der Teleporter war dort. Achso, man hätte hier lang gehen müssen. Jetzt verstehe ich. Driller! Ich sag nur das hier. Da ist ein Spry. Ich hab's gerade gesehen. Der Typ, da ist ein Spry. Spry. Dieser Typ, da ist ein Spry. Hier ist ein Spry. Da, seht ihr? Da, Spry. Spion unter uns, Spinner! Jetzt geht er auf mich los. Jede Wette. Na los! Spion! Ich bin auf dich vorbereitet. Mann, hier kann man niemandem vertrauen in Team Fallout 2. Das ist schlimm. Hier kann jeder ein Spy sein. Sogar der da. Oder ich. Oder andere. Bäm, voll auf die Schnauze. Guter Job, whatever. So, jetzt erobern wir mal den Kontrollpunkt. Ich muss aufpassen. Genau, ich muss aufpassen. Seht ihr? Immer vorsichtig sein beim erobern eines Kontrollpunktes. Nein, 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 nein! Nein! Jetzt hab ich mich schon selber gekillt. Ah! Also gut, dann wechsle ich die Klasse erneut. Und zwar... Spy. Ähm, ja. Hier wieder was für die Hater. Seht, wie scheiße ich als Spy spiele. Seht mich an. Ich habe eine Schein-Tot-Uhr. Ich zog sehr besser. Ja, da ist ein Spy. Na los, ich will ein Achievement namens Gegenspionage. Was ich schon hab, aber egal. Mann, jetzt lauf ich hier ungetan, da ist Spy rum. Gibt's doch nicht. Merdeck! 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 Ah! Geil! Nein, der hat den selber zerstört! Gut, jetzt aber wieder ein bisschen kostümieren hier. Hallöchen! Hallöchen! Ich bin gar nicht tot. Ich lebe immer noch unter den Lebenden. Glaubst du, du hast mich gekillt, das? Ja! Ja! Warum leckt das jetzt auf einmal? Hilfe! Ich mag keine Legs. Nicht gut. Löse! Oh Gott! Da ist schon wieder dieses... Sniper! Noch sechs Minuten. Dann haben wir... Hä? Hat jemand dreimal mit Pisse geschmissen. Unglaublich. Nein! Hallo, ich! Guten Tag. Alter, warum siehst du mich? Ich kenn mich mit der Scheintöne nicht aus, deswegen. Oh Gott! Verdammt, der Noob! Ah! Hilfe! Opa, Noob-Style! Noob-Style! Wupp! 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 Opa, Noob-Style! Noob-Style! Wupp! 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 Noob-Style! Da hab ich keinen Bock mehr! Äh! Sexy! Noob-Style! Hey, ich hab'n Kill! Was zum... Der fliegt... Ja, der fliegt, ja! Der fliegende Pio! Ach ja, hab ich schon erwähnt, dass ihr... Nein, ich hör' schon auf! So, ähm... 4 Spice! Okay. Ich mach's, alle machen's nach. Jetzt spiele ich mal als Anim-Minimist, der ist... Ach, mach mal Zufall. Okay, Heavy. Oh nein, der hat mir die Überladung gegeben. Ich habe so eine große Verantwortung jetzt. Nein, warum Leck ist das jetzt aufgerechnet? Sterb! Oh, der repariert ist ja voll unfair. Nein! Fast wäre die Sensi zerstört worden. Aber er hat sie immer wieder repariert. Verdammt, so was mag ich gar nicht. Ah, ich habe was zerstört. Achso, nee, ich habe jemanden gekillt. So, so, so. Okay, meine Kameraden. Ey, ich meine Genossen. Meine Genossen aus Russland kommen und die werden euch alle töten. Weil sie aus Russland sind. Ganz einfach. Und hier, ich habe Schinkenkeule. Schinkenkeule von Mama. Jetzt laggen hier. Das ist nicht gut, wenn laggen. Laggen böse. Auf Russischen Computer nichts laggen. Auf Russischen Computer nichts laggen. Da alles flüssig laufen. Jetzt alles wieder flüssig laufen. Sehr gut. Hier wieder Schinkenkeule. Russische Schinkenkeule. Ich esse russische Schinkenkeule. Moment da. Ja, nicht wollen. Es sind russische Schinkenkeule. Wo Feinde seien. Guten Tag. Hier wieder seinen Feinde. Ich schieße ihn auf Feinde. Ich töte ihn jetzt. Nein. Ich wurde getötet von Archimedes. Einem Griechen. Okay. Ich wechsele. Ich wechsele jetzt. Klasse. Und höre aufreden wie Yoda. Yoda. Yoda wusste. Hehe. So. Ähm. Was ist Medic? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust. Ähm. Nehme ich mal solche. Mit einer anderen Ausrüstung. Und zwar. Mann. Überall. Q-Messler. Was ist hier los? Warum will ich zweimal den Direktschlag? So. Die erzieherische Maßnahme. Nehme ich mal. Equalaser. Hm. Halb-Satoshi. Den nehme ich eigentlich fast kaum. So. Jetzt wechsle ich nochmal. Zack. Ich glaube, wenn wir den Halb-Satoshi wählen, dann können wir die Waffe nicht mehr wechseln, oder? Nein! Tatsache! Hilfe! Ich will jetzt da nicht. Ich will die Waffe weglegen. Nein! Nein! Das sind beim Nahkampf gefangen. Psst. Ha! Geköpft. Was zum... Hallöchen. Wo? Seien Spy. Ich nicht Seien Spy. Hilfe! Er sei ein Unsichtbar. Ey. Ja. Ich höre schon auf. Keine Panik. Aber ich find's so lustig. Ach Mensch. Das ist ja scheiße. Ha! 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 Ja! 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 Na los! Ja! 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 Ich muss wenigstens die Verlängerung auslösen. Schnell! Da ist der Kontrollpunkt. Ja! Verlängerung! Nein! Hä? Unentschieden, ich dachte, wir verlieren. Okay, unentschieden. Ähm, gut, dann reicht es auch jetzt für heute. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Part. Tschau, Leute!